Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus diesem Kanal. Heute hat der Schneefall auch mal bei uns eingeschlagen. Da dachten wir, wir bauen einfach mal einen Dirtbike Sprungschanz und probieren ein paar Tricks. Mal schauen, wie es wird. Ich denke, ich stürze. Und wir sehen es einfach. Los geht's! Ja, Radwegwerfen sollte gekonnt werden. Oh! Ich bin nur dieser. Nee. Das war's. So Leute, das war unser kleiner Backyard-Deutschaftssprung, hat nicht getaugt, aber hat Spaß gemacht und wehgetan, in diesem Sinne, ich weiß nicht, ob die es geht, aber nein